Hallo zusammen, ja, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tension 2. Äh, ja, genau, ich wollte eigentlich direkt weiterspielen gestern, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft, deswegen mache ich es heute, am Freitag. Äh, ich werde auch heute drei Parts am Stück aufnehmen, weil ich habe richtig Bock auf das Game jetzt. Und, äh, ja, genau, zu den Items gibt es noch eine Sache, ich habe im ersten Level das nochmal neu gespielt und habe Großmeister geschafft. Und habe hier Schlafgas bekommen, äh, das, ja, wie es da schon steht, äh, das versetzt die Gegner in Schlaf, sozusagen, und, ja. Ja, wir waren ja hier bei Förstow das Feldlager angekommen, ich würde sagen, hier gibt es auch einen Endboss, das weiß ich. Nehme ich mal hier ein paar Items mit. Ja, und, ja, das reicht, das reicht, glaube ich. Äh, genau, wir wollen ja jetzt, äh, Fürst Toda killen. Oh, und da sehe ich direkt einen Gegner. Krass. Okay, schneller, oh, die sehen ein bisschen anders aus jetzt. Sehr gut, weil das sind nämlich die Krieger von Toda und nicht Godamotoide. Oh, bei denen wollen wir ja töten, dafür, dass er Fürst Toda quasi an, wow, das war das, dass Goda quasi angreift. So, die Karte, wo komme ich her? Ja, hier regnet es halt, das ist, äh, in der Beschreibung stand auch, äh, der Regen verschlechtert die Sicht. Und, ja, würde ich sagen, spielen wir einfach mal weiter hier bei diesem schönen Spiel. Ach, guck mal da oben. Oben, oben links, da ist ein Gegner. So, ich trau mich so viel jetzt, ja. Ja, geschafft. Boah, Alter, das war knapp. Ich bin immer entspannt. Ne, die haben auch nichts. Das ist blöd. So, wie gesagt, ich probiere es halt, nicht entdeckt zu werden, aber es ist schwierig, verdammt schwierig. Ich habe den Gegner schon gesehen. Da ist der. Ja, ich traue mich jetzt einfach mal drauf. Oh, nein, 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 nicht so. Da ist ja noch einer. Hä? Hey! Oh Gott, hör auf mit dem Move. Oh Gott, das will. Wo ist der? Oh, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Da rechts war. Alter, der Gegner ist da direkt rechts wieder. Ach, die sind ja sehr nah beieinander gesetzt. Da ist der. Das ist ein Pfeiltyp. Ich glaube, ich habe die damals als Kind übergenannt, aber es ist ein Bogenschütze. Und er sieht jetzt die Leiche. Ah, nee, okay. Dann lauf, 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 lauf. Oh, lauf, lauf. Oh, das ist knapp. Wie gesagt, ich werde drei Parts am Stück jetzt aufnehmen. Drei Level quasi spielen. Das macht doch sehr viel Spaß hier. So, wo ist denn jetzt hier der... Aha. Hier links ist der Gegner. Da ist er. Alles klar, Kollege. So. Und hier. Zack. Jawohl. Stealthkill. Also diese grünen hier, die haben glaube ich auch noch... Keine Einzems genau. Oh, das... Oh, shit. Oh, was macht der denn? Der rote da, okay. Ich glaube, das sind Ninjas sogar, die roten. Ah, ich bin auf dem Ende an das Ding da gefallen. Ah, der hat zwei Items. Seht ihr das? Der hat zwei Items. Und es hat ganz kurz gelackt gerade eben. Oh, was ist denn jetzt los? Mein Rechner arbeitet irgendwas. Ich weiß gerade auch nicht. Hä? Was denn? Nicht entdeckt werden hier. Ah, der ist doch... Shit, nein, das war... Oh, Gott sei Dank. Aber das war so knapp. Und zack. Oh, genau. Okay. Ihr Rechner, was machst du? Warum hackst du jetzt in meinem Spiel hier? Ja, komm, 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 komm. Upsack. Genau so muss das auch. So muss das laufen. Uuuuh. Da wo ist der... Oh, lag. Der lag ist real, ey. Da unten. Ich habe ihn gesehen. Da unten ist doch ein Gegner. Da ist er. Ist ein roter. Okay. Wie gesagt, ich glaube, dass die unten Linie ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil die auch Items haben. So, der geht da hin. Was macht der jetzt? Bestimmt dreht er sich gleich wieder rum. Komm, 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 komm. Ah, fuck. Scheiße, ich wurde gesehen, ey. Ach, das ist doch ein Scheiß grad. Shit. Hat der Wichser mich echt gesehen. Oh, nein. Oh, nein. Das zweite Mal, dass ich jetzt gesehen wurde, hier im Spiel. Oh, ey, das ist doch nicht wahr, ey. So, jetzt aber. Nein. Oh, gar nicht gesehen, hier dieses Mal. Oh, Mann. Ja, okay. Eigene Blödheit. Sozusagen. Ja, müssen wir warten, bis der jetzt wieder hier sich beruhigt. Genau, und zack. Jetzt geht es sterben, Penner, ey. Das hat mich lang genug hier genervt. So, Karate, ja, hier gerade aus war ich noch nicht. Glaube ich. Oder doch, hier sind alle Gegner weg. Oder? Ne, da ist doch. Und hier rechts. Äh, nee. Ist der? Wüsste ja. Wüsste ja. Och, Mann. Wo ist der Gegner? Der ist so nah? Aha. Ach, da. Okay, alles klar. Sehr nervig. Sehr nervig auf jeden Fall. Oh, dreht er sich nur in zwei Richtungen, oder was? Ich tanze immer miss. Aber jetzt lieber nicht mehr. Ich positioniere mich schon mal, damit ich gleich den Typ verledigen kann. Der wächst ja anscheinend nur in zwei Richtungen. Ja. Mhm. Okay, beim nächsten Mal werde ich dann... Ah, jetzt regt er sich andersrum, okay? So, jetzt aber, komm. Zack. Jawoll. Komm, hast du was für mich? Hast du Items? Außer Blut. Ne, hat er nicht. Okay. Hä, was ist das denn? Ja, die Karte ist durchsichtig, so ein bisschen, okay? Ach. Wollte ich nicht. Ja, jetzt kommt ja diese schöne Musik hier. Ach, aber ich fürchte, hier war noch einer, den ich übersehen hatte. Genau, da ist er doch. Wo ist der? Ah, ich glaube da... Da unten ist der. Ah, okay. Wieder ein Speermensch. Okay. Also, zack. So, okay. Gut. Dann würde ich sagen, immer weiter. Ich glaube, hier habe ich nämlich alles. Jetzt gesammelt. Aber hier gibt es auch ein wieder ein Item. Oh, fast durch die Flamme gelaufen. Das möchte ich haben, das Item. Das müsste ich hier irgendwo sein, meine ich. Hier vielleicht? Äh, nee, wo ist das? Hier ist irgendwo ein Item. Auf jeden Fall ist hier ein Item. Äh, nee. Hier nicht. Ah, da ist schon das Ende. Nee, das möchte ich noch nicht. Da ist ein Gegner. Noch. Ich erschrecke mich immer mit diesen Blitzen. Das ist doch... Ist aber... Ist aber schön gemacht hier auf jeden Fall. So, ich möchte aber noch nicht durch. Schnell wieder abbrauchen. Weil irgendwo hier war noch eine Kiste. Das ist das hier. Ah, nicht so. So. Ist nichts drin. Okay. Alles klar. Äh, ich muss nicht da reinlaufen. Aber genau, das kann man eigentlich austesten, wenn man wissen will, ob noch ein Gegner vorhanden ist. Dann läuft man durch. Und aha. Man sieht dieses Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das heißt, hier ist noch irgendwo einer. Ein Gegner. Ich frage mich jetzt gerade, wo die Kiste ist hier. Die war doch hier. In dem Bereich. Oder war das hier? Die war auf jeden Fall auf so einem Hügel. Das weiß ich noch. So, nicht hier. Scheiße, habe ich... Der Typ da habe ich gerade gesehen. Oh. War das hier? Hier drauf. Wo ist diese... Wo ist diese Kiste? Diese... Ah, da ist sie doch. Auf der linken Seite. Genau, das ist eine Granate. Hier. Das Ding ist eine Granate. Wenn ich die schmeiße, dann kriegt die in die Luft. Das ist cool. Ziemlich mächtig auf jeden Fall. Und... Äh... Ja... Dann würde ich sagen, guck... Das wollte ich jetzt... Doch, das wollte ich eigentlich schon. Und so wissen, wo der Gegner ist. Aber... Hier ist anscheinend keiner mehr. Oder doch, ich habe doch eben Ausrufe, Zeichen und Fragen. Aha, hier. Hier. Hier ist noch einer. Da ist er doch. Oh. Ist bloß auf, ey. Nicht jetzt da hinlaufen und dann entdeckt werden. Das ist scheiße. So, bewegt dich. Bewegt dich, Junge. So, jetzt. So, komm, komm, komm. Zack. Das war's. Ah, noch eine Granate. Cool. Noch mal durchlaufen hier. Jetzt ist kein Gegner mehr da. Weil ihr seht unten links nicht Ausrufe, Zeichen, Fragezeichen. Okay, würde ich sagen. Gehen wir zum Endgegner. Nice. Gut, eine Katzen. Yo. Ja, dieser Typ heißt auf Deutsch der Rote Spatz. Ziemlich lustig. Ist auch ein Ninja auf jeden Fall. Und ich fand mich gerade wo der Herb... Nein, Gas! Oh, das kann ich aber auch. Wo ist das hier? Wo ist das Gas? Hier, Gas kann ich auch. Guck mal. Sack. Ah, Mensch. Hör auf. Hör auf. Oh, Gott. Was kann denn für Moves, Alter? Ah, nein. Ich drücke aber in die falsche Taste, meine ich. Oh. Ich muss was trinken. Hey. Hey. Warum? Ich muss hier... Kale-Trobsen. Ach, du Scheiße. Nein. Nein. Komm schon. Nein. Och, Mann. Du Hure, ey. Ich wollte gerade Kale-Trobs schmeißen. Oh. Du bist nicht sehr interessierend. Ich war gar nicht auf einem Schraub. Was ist das für ein Typ, ey? Ja, er kommt dann auch zum Gedicht. Ich übersetze das mal. Äh, hell und kalt ist der Glanz von Stahl alleine reise ich über die Felder. Mein Schwert brauche ich jetzt nicht mehr. Der Abendwind führt mich nach Hause. Oh, Mann, nein. Das ist scheiße. Das ist blöd gelaufen, weil jetzt muss ich das Level nochmal komplett von vorne spielen. Eigentlich, aber ich weiß nicht. Soll ich das wirklich machen? Ja, ich werde es machen. Aber halt... Offscreen. Genau, ich werde es Level Offscreen nochmal spielen. Und dann sehen wir uns beim Endgegner wieder, würde ich sagen. Und dann hauen wir dem richtig aufs Maul. Also bis gleich. So, Freunde. Ja, da bin ich wieder. Äh, ich mache erst mal Pause. Ähm, ja. Ich habe das Level jetzt nochmal neu gespielt, aber ich muss da auch wieder durchlaufen. Weil, äh, ich wurde auch wieder entdeckt und so. Das ist ziemlich blöd. Und ja, das macht ja am Ende für euch jetzt keinen Unterschied. Ich, äh, werde jetzt diesen Typen hier auf die Fresse schlagen. Komm. Komm, alles. Ach, so. Nein, mach doch nicht sowas. Mach sch... Oh, der hat Granaten. Ach, du Scheiße. Komm, schmeiß Gas hier. So. Dann schmeißt du jetzt auch mal eine Granate hier. Ja, frisst das. Und zack. Oh, je. Oh, oh. Ah, Alter, der Scheiße, der schmeißt Schubi. Kann ich auch. Hey. Hey. Oh, der schmeißt die ganze Zeit seine Scheißgranaten, ey. So, wenn ich jetzt nochmal... Oh, ich muss hier irgendwie... Platz zwischen uns bringen. Und... Mann, diese Scheißsteuerung. Oh, Trink. Oh, ey. Ich gehe jetzt hin. Mit Gas. Und mache mir den hier. Ach, genau. Ich mache mir den hier. Genau, der macht nämlich schön viel Schaden. Und zack. Nein. Zack, zack, zack. So. Die Dame muss ich verstücken. Oh. Nein, das war falsch. Ach, diese Steuerung. Ah, ja, okay. Er hat endlich geschafft, ey. Boah, also... Hui. Der war nicht einfach. Er ist eigentlich so arrogant. Er ist eigentlich so arrogant. Komm zurück! Vergiss es. Ich muss Tota stoppen. Ja, ich werde Suzaku noch einen anderen Tag bekommen. Er meint halt, dass wir ein Gegner für ihn werden könnten. Nein. Sieht, wie du einen hohen Preis für deine Tränsin bezahlt hast, Sarabu Tokiti. Oh! Seit wann fehlt ihm der Kopf? Seit wann fehlt der Kopf? Oh, geht weiter. Hallo? Ach so, okay. Oh, geht schon weiter. Hä? Hä? Wieso habe ich das jetzt... Ach, fuck. Ich habe aus Versehen Start gedrückt, ich Idiot. Naja, ne, okay. Da muss ich leider nochmal schneiden, tut mir leid. Aber krass, dass der Kopf von dem Typ fehlte. Also in der deutschen Version hatte der seinen Kopf noch. Na, krass. Naja, okay. Ich sage, wir sehen uns gleich mit der nächsten Katzin wieder. Also bis gleich. Hallo zusammen. Ja, ich glaube, das müsste jetzt hier weitergehen. Äh, ja, ich habe den Typen jetzt nochmal besiegt. Und ja, du müsstest jetzt theoretisch mit der nächsten Katzin weiter... genau. Akt 2, das ist der Treibsand. Okay. Was ich gut finde, ist, dass das Spiel mit vielen Katzin arbeitet. Mag ich sehr. bei der Kürzlöse. Ja? Ich habe einen kleinen Kürzlöse. Ja? Hier ist ein Schwer. Ich habe einen Schwer. Ich habe einen Schwer. Ich habe einen Schwer. Hier gehe und die Schwer. Ich gehe und nicht die Schwer. Genau. Ich habe mich nicht gekannt, Schwerf. Go ahead and scream! We're in the middle of nowhere! Ain't nobody gonna hear you or care! Please, somebody! You're a pretty sad excuse for a demon. Who are you? I am the man who will cut off your nose and the neck. Der hat gesagt, der wird ihm die Nase abschneiden. So, Kletterhaken benutzen. Man, das geht immer so schnell weg. Na ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut rein, weil ein Level pro Part, sozusagen. Und dann, ich nehme aber jetzt wirklich direkt wieder auf. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mit Let's Play zu Tenchu 2. Bis dahin!